das ist ein Teufel ob da sind noch alle noch irgendwo einer gib mir doch einfach ein wenig Leben da haben wir Leben und hier haben wir, oh schön gib mir Leben oh, oh schön ja, Leben und noch ein bisschen Munition, schön wunderschön die kommen mir jetzt gleich irgendwas entgegen so ein Headcrap oder so da geht es nicht weiter naja, sorry, dass ich gerade ein bisschen leiser bin ich versuche gerade nur irgendwie nicht zu sterben der war jetzt doof ok, quick save und los geht's mit der und und Headshelder eventuell beeinträchtigt Flugüberwachung 6 und 8 oh nee sofort gemeinsam einschreiten ach komm schon ernsthaft ach komm schon äh, Heureka Leute jetzt wird es wird es so, schauen wir doch mal was hier unten ist ja komm es kommen jetzt noch mehr Soldaten vielleicht sind noch Türme in der Nähe ja, was sagt wirklich mich verarschen hier ist doch immer 500 Medipacks oder was? was ist das denn für ein Scheiß, bitte jetzt wird mich gerade ein bisschen verarscht ha jetzt, jetzt können wir dir 500 Türmer geben da wo kommen die denn? es gibt Soldaten auf allen Seiten ich hab keine Ahnung ok, es sind so viele erste Hilfekits eventuell haben wir eine Chance was zu überleben ich bin mir das nicht ganz sicher aber wir probieren es jetzt einfach aus ja, da kommen jetzt... ach da auch HA! das ist überlegen ja super klasse hätte ich das gewusst, hätte ich das viel schlauer gemacht ja, natürlich ich meine so ist er jetzt komplett stupid nice weiter, nice w h w h w h w h w w w w w w ... w w w w Ach, ist das schön. Noch mehr Soldaten kommen, kein Problem, ich habe jetzt nichts zu tun, ein paar Soldaten mehr oder weniger sind da kein Problem, nur die Teile bitte können. Da muss irgendwo ein Soldatennetz sein, die kommen von überall hier. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich bin gar nicht hier. Wow, wie hat der das denn gemacht? Oh Gott. Ja, sehr schön, das ist nett, dass ich das doch nochmal machen darf. Dann mache ich das natürlich ein bisschen anders. Und zwar stelle ich die so auf. Ah, ich kann die wieder aufstellen. Funktioniert der jetzt noch oder nicht? So, mal guck, ob das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Speichern, wenn mal. Ja. Ja. Nein. Was ist das, was ist das? Wir sind nicht sicher. fucks toll hahaha was mach ich hier für'n scheiß oh goddammit und was mach ich hier für'n scheiß noch mehr Soldaten kommen ja ich hab's verstanden, noch mehr Soldaten kommen eieieiei ist das die richtige Möglichkeit? ich hab keine Ahnung, wir speichern mal zwischendurch ähm Munitions-Armer ist das Ganze natürlich auf jeden Fall hahaha ich wusste nicht, dass man die neu aufstellen kann und die scheinen ja eigentlich ganz gute Dienste zu verrichten und ich hab halt keine andere Möglichkeit ich weiß was soll ich machen da muss irgendein Soldatenlet sein sie kommt zwar überall her oh na diese Fliegetischviecher, die waren grad nicht gut hoppa oh scheinbar ah na 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 hast du's jetzt bald mal hier? Aua. Was, wir sehen uns gleich. Was ist das jetzt? Ja, war auf einmal ja... Leck mich. Ich dachte, das war's. Oh, sehr prima. Ich hab grad ihre Stimme gehört. Mit dem Ruf, gone! Hi. Sorry hat länger gedauert. Du hättest wohl Hilfe gebraucht. Jetzt bleib ich aber bei dir. Lass uns Mossman suchen. Leck mich. Ganz ehrlich, leck mich. Hier war anscheinend eine relativ kluge Möglichkeit, das Ganze zu lösen. Komm schon. Check safe. Und auf geht's. Lade Daten. Oh Gott, ich kann nicht mehr, ey. Das ist ja hier nicht mehr feierlich. Okay. Gut. Äh, bis jetzt alles noch so halbwegs am funktionieren. Ich mein, wow, aber... Jaaa... Jaaa, okay. Ich darf sterben. Wow. Was soll das denn hier werden, wenn's fertig ist? Gute Güte. Meine Herren hier. Jetzt werde ich mal feierlich. Bäuche. Falsch. 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 hab sie hab dich jetzt jetzt noch hin wurden wir wollen sie nicht warten lassen ja mach auf jetzt gibt's kein zurück da ist sie lasse mich mit ihr regenbogen vielleicht kommen wir nun mit ihr raus hallo gott sei dank ist jemand alex gorden wie seid ihr hier reingekommen wir wissen alles über dich was du warst die ganze zeit spion der kombine wovon redest du verdammt weg da muss man wir kommen rein alex egal was du denkst ich schwöre ich wollte nur deinen vater schützen ruhe sei froh dass du uns doch nützen kannst wir holen den teleporter um und verschwinden sofort von er siehst du wir verfolgen dasselbe ziel ich habe den modulator schon für einen zen relais programmiert sie stangen das arbeit es ist auch meine arbeit ich musste dr breen außerdem zeigen dass dein vater unersetzlich war zum weiteren fortführen dieser forschung das ist jetzt genug blödsinn da und das der dich holen jetzt rein hier habt ihr an die lachs nicht einfach die koordinaten für doch der kleines labor eingeben und dann los dazu bräuchten wir zutritt zur teleporter plattform aber wir sind ausgesperrt ich kümmere mich drum märz not again okay das machen wir im nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin viel Spaß mit videos euer hedi